Hallo meine Freunde, willkommen auf Werners Fußball-Ecke. Ja, der siebte Spieltörter Fußball-Bundesliga fängt am Freitag an, unter anderem mit am Samstag Dortmund gegen FC Bayern München. Lasst uns zusammen tippen und schreibt eure Tipps nachher in den Kommentaren, dann geht's los. Dann kommen wir zur Freitagspartie, und zwar der SV Werder Bremen gegen 1. FC Köln. Ja, die Bremener letzte Woche in Frankfurt ein doch für sich dann starkes 1 zu 1 gespielt und belegen auch derzeit den 9. Platz in der Fußball-Bundesliga, müssen gegen den 1. FC Köln auf Selke und auf Hülkuk verzichten, also im Sturm jetzt gerade nicht einmal die große Auswahl. Also wird ein kniffliges Spiel. Der 1. FC Köln, ja, letzte Woche zu Hause 1 zu 2 gegen Bayern verloren, haben aber ein relativ ganz gutes Spiel gespielt für ihre Verhältnisse und stehen derzeit auf Platz 16 in der Fußball-Bundesliga, müssten allerdings jetzt auf ihren Kapitänienus Hector und Florian Kainz verzichten. Und ob man das so gleichwertig ersetzen kann, ja, das wird spannend. Daher ist mein Tipp für SV Werder Bremen gegen 1. FC Köln ein 1 zu 1 unentschieden. Dann kommen wir zur Samstagspartie zwischen RB Leipzig gegen SC Freiburg. Ja, die Leipziger letzte Woche mit einer 1 zu 0 Niederlage bei Gladbach, daher auch abgerutscht vom 1. auf den 3. Tabellenplatz, haben natürlich allerdings gestern schon ein starkes Spiel gespielt gegen Paris, was sie auch gewonnen haben in der Champions League und hoffen natürlich jetzt wieder auf die Erfolgsspur zu kommen mit einem Heimsieg gegen SC Freiburg. Allerdings muss Leipzig eventuell weiterhin auf Klostermann, Halstenberg und Leimar verzichten. Daher wird das Spiel ja auch schon eine glimpfelige Sache. Kommen wir zum SC Freiburg. Die Freiburger letzte Woche zu Hause mit einer 2 zu 4 Niederlage gegen Bayer Leverkusen, derzeit immerhin noch auf Platz 13 in der Fußball-Bundesliga, hoffen natürlich auf ein Unentschieden in Leipzig. Allerdings müssen die Freiburger immerhin noch auf Jannik Haberer verzichten. Daher tippe ich auf einen Heimsieg 2 zu 1 für Leipzig. Kommen wir zur nächsten Partie und zwar SCFC Union Berlin gegen Arminia Bielefeld. Ja, die Berliner letzte Woche mit einem starken 1 zu 3 Auswärtssieg bei Hoffenheim. Ja, Union Berlin gerade auf einen super 7. Platz in der Fußball-Bundesliga und hoffen natürlich jetzt gegen den Aufsteiger auch zu Hause zu gewinnen. Ja, der Aufsteiger Arminia Bielefeld, klar, letzte Woche zu Hause mit einer Niederlage, Geheimniederlage gegen Borussia Dortmund mit einem 2 zu 0 verloren. Kämpferricht, sehr starke Partie, aber leider keine Tore geschossen. Daher denke ich mal, gibt es ein Unentschieden bei Union Berlin von einem 2 zu 2. Die nächste Partie und zwar der 1. FSV Mainz 05 gegen FC Schalke 04. Ja, der 18. gegen den 17. Ja, die Mainzer letzte Woche mit einer 3 zu 1 deutlichen Ausmerzniederlage beim FC Augsburg, auch derzeit Tabellenletzter, also 18. Man sollte natürlich versuchen, schon jetzt dann gegen FC Schalke 04 zu Hause zu gewinnen. Ja, der FC Schalke 04 letzte Woche immerhin zu Hause ein 1 zu 1 gegen die starken Stuttgarter, haben damit dann den zweiten Punkt geholt. Jetzt hofft man natürlich als Schalke-Fan, dass man jetzt gerade bei Mainz dann den ersten Auswärtssieg oder überhaupt den ersten Sieg in der Bundesliga schaffen könnte. Daher tippe ich auf einen 1 zu 2 Auswärtssieg für den FC Schalke 04. Kommen wir zur nächsten Fußball-Bundesliga-Partie und zwar der FC Augsburg gegen Hertha BSC. Ja, die Augsburger letzte Woche mit einem 3 zu 1 Heimsieg gegen Mainz stehen auch derzeit auf einen super sechsten Platz in der Fußball-Bundesliga, hoffen natürlich jetzt gegen Berlin ihre Siegesserie fortzusetzen. Ja, Hertha BSC letzte Woche mit einem 1 zu 1 Unentschieden gegen die Wolfsburger und derzeit auch nur auf einen 14. Tabellenplatz, hoffen natürlich, dass sie jetzt in Augsburg schon noch vielleicht auch gewinnen können, um mal endlich nach vorne zu kommen. Unter den ersten 8, wo man ja eigentlich hinkommen möchte. Mein Tipp ist ein 2 zu 2 Unentschieden. Ja, die nächste Partie, der VfB Stuttgart zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Ja, der Aufsteiger VfB Stuttgart schon sehr stark in dieser Saison und letzte Woche zwar mit einem 1 zu 1 Unentschieden auf Schalke, aber immerhin einen Punkt holt auswärts und wollen natürlich die Serie ausbauen zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Ja, Eintracht Frankfurt letzte Woche zu Hause ein 1 zu 1 Unentschieden gegen SV Werder Bremen und derzeit auf Tabellenplatz 10 sind irgendwie noch nicht so richtig reingekommen in die neue Fußball-Bundesliga-Saison. Und jetzt auch noch beim starken VfB Stuttgart, das wird schon ein spannendes Spiel. Ja, mein Tipp ist ein 2 zu 2 Unentschieden. Ja, kommen wir jetzt zum Topspiel am Samstag beziehungsweise von diesem Bundesliga-Spieltag. Das Klassiko, Borussia Dortmund gegen FC Bayern München. Der BVB, ja jetzt Tabellenplatz zweiter, auch unter anderem, weil sie letzte Woche einen 2 zu 0 Auswärtssieg geholt haben bei Bielefeld, hoffen natürlich jetzt auf einen Heimsieg gegen den dann doch wieder starken FC Bayern, um endlich auch mal wieder auf Platz 1 zu kommen. Ja, gestern ein 3 zu 0 Auswärtssieg der Dortmunder beim FC Brügge in der Champions League ist natürlich ein gutes Polster und auch Selbstvertrauen für das Spiel jetzt gegen FC Bayern. Kommen wir jetzt nun zum FC Bayern München. Denn ja, die Bayern letzte Woche mit einem dann doch knappen 2 zu 0 Auswärtssieg in Köln, dadurch aber immerhin auf Platz 1 in der Bundesliga gerutscht und auch jetzt in Salzburg ein vom Ergebnis deutlicher 6 zu 2, aber spielerisch, ja, war es jetzt nicht so toll. Aber man weiß, jetzt kommt er, jetzt fangen wir zum BVB und da wird man schon wieder einen ganz anderen FC Bayern sehen. Also mein Tipp ist ein 2 zu 2 Unentschieden. Kommen wir nun zur Sonntagspartie zwischen VfL Wolfsburg gegen die TSG Hoffenheim. Ja, man darf nicht vergessen, Wolfsburg ist die einzigste Mannschaft in der Bundesliga, die jetzt noch kein Spiel verloren hat. Letzte Woche hat Wolfsburg in Berlin immerhin ein 1 zu 1 geholt und hoffen natürlich jetzt zu Hause gegen Hoffenheim auf einen weiteren Heimsieg. Die TSG Hoffenheim, ja, letzte Woche mit einer doch starken 3 zu 1 Niederlage zu Hause gegen 1. FC Union Berlin, hoffen natürlich irgendwie jetzt wieder in den Lauf zu kommen und hoffen, denke ich mal, wenigstens auf ein Unentschieden beim VfL Wolfsburg. Mein Tipp ist ein 2 zu 0 Heimsieg für die Wolfsburger. Kommen wir nun zum letzten Spiel des siebten Spieltags und zwar Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Bayer Leverkusen ja letzte Woche mit einem starken 4 zu 2 Auswärtssieg beim SC Freiburg und auch derzeit auf einen guten vierten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga hoffen natürlich auf einen weiteren Sieg auch jetzt zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, Gladbach letzte Woche ein starkes 1 zu 0 zu Hause gegen Leipzig und derzeit auf Platz 5 in der Fußball-Bundesliga, also heute spielt dann der vierte gegen den fünften und auch die Gladbach mit einem super starken 6 zu 0 Auswärtssieg jetzt in der Champions League wollen natürlich auch jetzt in Leverkusen zumindest versuchen zu punkten, wenn nicht sogar einen Auswärtssieg zu erlangen. Ich tippe auf ein torreiches Spiel und auf einen 3 zu 2 Heimsieg für Bayer Leverkusen. Ja, liebe Fußballfreunde, das waren jetzt meine Fußball-Tipps für den siebten Bundesligaspieltag. Was tippt ihr denn? Schreibt eure Ergebnisse oder Tipps halt in die Kommentare und nicht vergesse, meinen Kanal zu abonnieren. Danke, bis bald, tschüss!